Autogenes Training, die Atmung Komme wieder in Deine bequeme Rückenlage. Ich bleibe beim Training ganz wach und da. Ich bleibe beim Training ganz wach und da. Ich bin vollkommen ruhig, entspannt und schwer. Hände ganz warm. Füße ganz warm. Ich bin vollkommen ruhig, entspannt und schwer. Hände ganz warm. Hände ganz warm. Hände ganz warm. Hände ganz warm. Mein ganzer Körper ist angenehm warm. Ich bin vollkommen ruhig, entspannt und schwer. Mein ganzer Körper ist angenehm warm. Mein ganzer Körper ist angenehm warm. Ich bin vollkommen ruhig, entspannt und schwer. Mein ganzer Körper ist angenehm warm. Ich bin vollkommen ruhig, entspannt, schwer und warm. Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen ruhig, entspannt und schwer. Ich bin vollkommen ruhig, entspannt und schwer. Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen ruhig und entspannt, entspannt und schwer und warm. Mein Atem fließt ruhig und regelmäßig. Es atmet mich. Mein Herz schlägt ruhig und ruhig und regelmäßig. Es atmet mich. Mein Atem fließt ruhig und regelmäßig. Es atmet mich. Mein Atem fließt ruhig und regelmäßig. Es atmet mich. Mein Atem fließt ruhig und regelmäßig, es atmet mich. Ich bin vollkommen ruhig, entspannt, schwer und warm. Mein Atem fließt ruhig und regelmäßig. Es atmet mich. Und nun strecke und beuge wieder deine Arme. Bewege den ganzen Körper. Nimm einen tiefen Atemzug mit einem schönen Seufzer und öffne deine Augen. Du bist jetzt ganz entspannt. Ganz klar. Ganz wach. Ganz da. Ich bin jetzt ganz entspannt. Ganz klar. Ganz wach. Und ganz da. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Untertitelung des ZDF, 2020